In der Kult-Serie Denver Clan, in der es um Drama und Intrigen geht, mischt Alexis Colby, die von Joan Collins gespielt wird, ganz vorne mit. Obwohl die Cron-Dame im echten Leben wenig mit ihrer Serienrolle gemeint zu haben scheint, stimmt zumindest das Stilbewusstsein und der luxuriöse Lifestyle der Hollywood-Diva mit Alexis Colby überein. 1933 geboren, hat die mittlerweile 88-Jährige schon viel erlebt, viel erreicht und Filmgeschichte geschrieben. Dass sich die Golden Globe Award-Siegerin von 1983 nach so vielen Jahren Schauspielerei ein glanzvolles und glamouröses Leben leisten kann, ist nicht verwunderlich. Drei Häuser, eins in den USA, Frankreich und Großbritannien besitzt die 88-Jährige. Gerade bringt sie ihren Hollywood-Clamour nach Mallorca. Mit Privatjet und frisch geimpft ist Joan Collins auf die spanische Insel gereist, die sie schon als Kind besucht habe und nächtig dort in der Villa Remus, eine Luxus-Immobilie des bekannten Maklers Marcel Remus. Begleitet wird die Cron-Dame dabei von ihrem 32 Jahre jüngeren Mann Percy Gibson. Dass die erfolgreiche Schauspielerin so viel älter ist als ihr Mann und auf die 90 Jahre zugeht, sieht man Joan Collins allerdings überhaupt nicht an. Besonders auf diesen Aufnahmen sieht sie glatt 20 Jahre jünger aus. Wie damals trägt die Alexis Colby-Darstellerin immer noch ihre braunen gestylten Locken und ist wie immer schick gekleidet. Der Serienstar scheint nie gealtert zu sein. In einem Interview bei der Haustour durch die Villa Remus verrät Collins ihr Junggeheimnis. Ich trainiere dreimal die Woche. Ich achte auf meine Ernährung, denn wir essen alle zu viel. Und ich gebe auf meine Haut acht. Ich habe einige fantastische Cremes, verrate aber jetzt nicht welche, denn ich bekomme kein Geld dafür. Ach, wie schön wäre es, wenn es tatsächlich so einfach wäre, mit 88 Jahren noch so jung und gut auszusehen wie Joan Collins. Schauspielerin